Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, Robelmana und mit dabei ist wieder Teufelchen. Moinsen. Wir spielen wieder Party Animals und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und ich hoffe, euch hat auch die letzte Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einfach positiv. Also ich seh's ja, wenn's euch gefallen hat. Also, maybe. Es bockt halt mega. Also los, starten wir einfach. Let's go. Auf, auf und davon. Auf, auf und davon. Let's go. Und ja, wie man maybe noch merkt, wir sind halt immer noch. Wir sind beinahe erkältet. Wir sind, oh geil. Wir spielen einfach Fußball, ja. Ey, das, die Runde, naa. Oh, ich hab das gesehen, das ist echt anstrengend. Vor allem, ich find das toll, dass dann irgendwann die Brücke entsteht und ich denk mir so, what the fuck. What the fuck, was geht denn hier ab, Junge? Why, why is the Brücke going on crashing? Keine Ahnung. Und crashing. Und crashing, Alter. Und crashing, Alter. Richtig, und crashing. Guck mal, da steht Toxic. Oh, bitte, lass es kein Toxic-Spieler sein, Alter. Oh nein. Ich bin wieder das Tolle-Gnunge. Ein als Handboar. Das hat sich grad am Hintergrund kratzt, ich find das toll. Wui! Geil. Ich bin enterig wieder, my mate. Wir sind alle gegen alle. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte gerade. Wirklich? Oh, nein. Es gibt aber drei. Wir beide sind in einem Team. Geh da rein, du blöder Elch. Oh, scheiße. Ich bin runtergespreut. Nein, was machst du? Ich hab's nicht gemerkt, okay? Au, 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 au. Nein, nein. Oh mein Gott, ich wurde mit Rute gezogen. Ich wurde mit runtergezogen. Geil, ey. Aua. Komm, wir werfen jetzt ein paar Bananenschalen. Ja, du. Ah nee, stimmt, du bist auch tot, kannst du auch. Ja. Kannst du auch machen. Bananenschalen werfen. Oder Fische. Wie so'n eiten, labbrigen Fisch werfen eigentlich. Da ist ein Fisch. Es sind zwei Fische. So'n eiten, labbrigen Fisch, ey. Das geht's ja auch mal wieder komplett. Werde. Hier, die Ente kriegt von mir gleich einen Fisch. Ich will der Ente einen Fisch geben. No. Also, wir sind auf jeden Fall in einem Team, aber wir sind halt das Grüne, ne? Also, wir sind so so anstrengend hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Ich kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, dass wir loslassen. Ich bin da auch. Ich hab die Krabber fliegen sehen. Ich bewerf die Leute jetzt mit Bananenschein. Oh ja. Banane. Banane. Wow. Die andere Perspektive. So bringt die Perspektive mehr. Cool. Vater hat gewonnen. Toxic hat gewonnen. Auf ihn landen zwei Fische, ey. Cool. Hallo, hat er was zu essen? Na klar. Okay. Dann nimm du. Ich weiß gar nicht, wie ich den benutze. Ich auch nicht. Denkst du ich? Oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie kann ich den eigentlich loslassen? Das war's nicht. Keine Ahnung. Aber du hast herausgefunden, wie man den schießt. Ja, aber ich weiß halt echt nicht, wie ich den loslasse wieder. Weil so kann ich mit Sicherheit niemanden runterkicken. Hilfe! 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 Lass meine Freundin in Ruhe. Nein! Ich falle! Ich falle! Aua. Ich falle doch nicht! Ich bin doch nicht gefallen! Oh 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 oh! Nein! Nein! Lass die runter! Lass die runter! Aua! Ich wurde jetzt doch gut gehört! Nein! 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 Oh mein Gott! Ich lebe! Ich bin doch! Und die welle ich in der Ecke. Ich bin tot. Time to say goodbye! Bye! Oh mein Gott, wir sind einfach immer noch Letzte. Naja, aber umso schneller das Sploating gewinnt umso hoch. Ne? Ja, ne? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich Leute hier runterkicke, actually. Äh, du musst sie versuchen hochzuheben und dann... Nein! Ja, tschüss! Dankeschön! Ja, ich kann doch greifen! Ich stecke in dem Ding fest! Ich wollte gerade doch greifen, ich schwöre! Ich schwöre, Alter! Ich schwöre, Alter! Mein Gott, ich schwöre! Mein Gott, ich schwöre! Boah, mein Gott, ich schwöre! Boah! Boah! Bombe! Oh, wow! Der Hund hat sich selbst in den Snogout gebankt. Ente ist tot! Bananon! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, tschüss! Hui! Oh, Alter! Ja, weil wir sind mit Red sind wir gleich auf, also passt alles gut. Ja! Ach, wenn wir immer noch vier Tabanen. Na egal! Massenkambulaasche! Aua! Ich wurde voll... ...gehauen! Meine Glocke ist zu sehen! Sehr schön! Meine Glocke. Eat again! Das hat sich aus. wide es hört sich an... schon mal so eine Übungsrunde gespielt, damit wir halt ein bisschen ins Game reinkommen. Mhm. Und, ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann Football voll gefeiert. Ja. Oh, ich spiel mit dem aggressiven Bunny. Ich bin das Gnu. Agnu. 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 Obwohl es halt auch irgendwie einfach eine Kuh sein könnte, aber für mich ist das trotzdem irgendwie, ich sag einfach jetzt Gnu dann dazu. Ja, aber na, naja, wohl Kühe haben auch Hörner. Ja, okay, wir sagen einfach, dass es mit Gnu ist einfacher zu merken. Dim, dim, dim. Teufelchen? Ja. Motivation? Motivation! Gut. Motivation! Gibt den Dinger! Alter, diese, die sind richtig aggressive Otter! Hilfe! Ich otter, ich halte dir einen. Ach, nein, ich hatte einen aggressiven Otter bei mir. Äh, äh, äh. Ja! 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 Let's go! Woo! Und da läuft der Dino und Dings, Toxy, Driver kommt nicht vorbei und der Dings hat ein Tor. Wow! Und der Dings hat ein Tor. Wow! Wah! Falscher Bischof! Mein Ball! Mein Ball! Mein Ball! Mein Ball! Hilfe! Hilfe! Ein aggressiver Otter ist bei mir! Ich tu dir den Gefallen! Nein! Alter! Der Otter hat mich einfach! Dieser blöde Otter hat mich einfach! Keiner nimmt den Ball, sondern nur die Personen! Aggessiver Otten! 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 Weg mit dir! Otten! Otten! Aus! Bisse Otten! Bisse Otten! Aus! Bisse Otten! Sorry, Romana! Ich habe sie gerade genockt out! Ja, alles gut! Nein! Nein! Die Otten! Ja! Sehr schön! Ah! Entschuldigung! Für diese unangenehmen Sache! Aua! Aua! Ich habe voll den Fuß. Was passiert hier eigentlich? Keine Ahnung! Aber Ringkampf hier! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Oh! Nein! Du hast mich! Ich! Ich habe den Otten! Nein! 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 Verdammt! Böse Otten! Böse Otten! Böse Otten! Ich habe auf den Otten noch eingeschlagen! Ah! Dahinten sitzt ja ein Pärchen! Eine Katze und ein Hund zusammen auf der Bank! Ach, wie süß! Ich dachte Katzen und Hunde verdrangen sie nicht unbedingt! Ja, dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie ja schon! Irgendwie habe ich mich gerade selbst... Ja, toll! Jetzt bin ich bewusst! Oh! Wir liegen Arm in Arm! Oh! Wie romantisch! Ich habe voll aufs Maul gehauen! Ah! Oh! Ich nehme den Hund statt den Dix! Otten! Otten! Eh! Oh! Nein! Ball! 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 Ah! Ey! Ich bin mit dem Ball runtergerollt! Ich wurde vom Ball totgeschlagen! Ich will die aggressiven Otten loswerden! Ja, same! Same, girl! Oh, ich habe einen aus unserem Team totgehauen! Nein-he- meidän! Nee-nee-nee! Ah... Mango! Au! Das war ich! Wie schlag ich eigentlich nochmal? Ich bin so lost, Leute. Es tut mir echt leid, aber das Rennen ist irgendwie mein Erkrankungsgedönse schuldig. Ich kann nicht richtig nachdenken momentan. Ich will den Ball. Ich will den Ball. Ich will den Ball. Das ist mein Ball. Alter, von unserem Team wurde ich gerade ins Sockwort geprügelt. Ich beschütze dich! Gib den Ball her! Weg mit dir! Böse Otten! Weg mit dir! Böse Otten! Böse Otten! Ja! Mein Ball! Nein! Nicht mich! Nicht mich! Die Otten! Weg mit den Otten! Weg mit den Otten! Der Otten lasst mich nicht los! Ja, same! Und der hat mich einfach ins Sockwort geschlagen! Junge Dino! Ja, okay. Das ist sowas von hauho verloren, Alter. Ich denke so. Du denkst so? Ja, ich denke so. Aua. Ey, ich wurde von unserem Team ausgenockt! Schon wieder! Ey, lässt du mich los, du blöder Drecks Otter! Ich krieg langsam Hassanschein mit den Ottern, ne? Look at me! Und Teufelchen macht einen epischen Ballsequent, während sie von zwei Ottern gejagt wird. Let's go! Ich schaff das! Mal passen! Mal passen! Mal Elchi! Mal Elchi! Aua! Ich wurde von Eistirka! Junge, hörst du auf, du blödes Ding? Ja, da! Nicht anders verdient! Alter! Au! Ich wurde von dem Ball genockt! Hui! Nein! Ihr darf nicht mit ins Tor! Au! Na toll! Oh Mann! Du hässlichen Otter! Oh Mann! Ich bin aber kein Mann! Tue ich auch nicht! Ich nehm ournte Mentor mit! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hab unser Team! Okay, das war ein Matchpoint von denen! Ich hab unsere Team! aus dem Weg geschlagen. I'm sorry. Passiiert, alles gut. Hoffentlich. Stimmt, du hast den Dino getroffen. Ich hab den Dino schon den Dings getroffen. Ja, wahrscheinlich jetzt sowas wie Matchpoint. Ich tue jetzt alle mit Otten K.O. schlagen. Ist mir egal, ob sie den Ball besitzen oder nicht. Ich versuche jetzt auf die Otten endzuschlagen. Aua. Ah, ah, mein Ball. Junge, wir werden gerade von drei Leuten hinterhergejagt. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hab der Ende, geh mir. Ja. Ich wollte schon wieder in den Snock out gehauen. Entschuldigung, aber ich bin fast tot. Für Sorten. Ich wurde von diesen Ice-TJK schon wieder totgeprügelt. Nein. Nein, nein, nein. Oh, wow. Oh, sad, Alter. Aber ich kann wenigstens den Otter mitnehmen. Das ist das wahrscheinlich noch wahr. Hier, guck. Hier will ich den Otter nehmen. Das ist jetzt meins, ey. Ich würd sagen, eine Runde spinnen wir noch. Dann sind's drei Runden. Okay. Also eigentlich sind es nur neun gewesen oder mehrere, aber egal. Au, aua. Oh, ich bin auch noch zu sehen. Bisschen, aber nur. Also, play again. Ja. Play again. Next round. Next round. Ich hab irgendwie so Angst, dass wir jetzt die ganze Zeit gerade nicht Push-to-Talk anhatten, aber eigentlich hab ich es ja umgestellt. So, trotzdem hab ich halt die ganze Zeit Angst. Oh, Eishockey? Beat the Hockey and the Open and Skates? Es tut mir leid für mein Englisch. Ich kann kein Englisch. Sorry, Leute. Also, ich kann schon Englisch, aber ich kann es halt nicht super gut drinne. Ja. Fühl ich. Ich auch nicht. Und meine englische Aussprache ist vor allem richtig katastrophal. Fühl ich. Wow, wir sind hier jetzt voll wenige gerade. Ich bin eng genug. Let's go. Ich bin ein Crocodile. A Crocodile. A Crocodile. Spielen wir gerade jetzt ernsthaft alle gegen einen? Ja. Nein. Ne, doch nicht. Ja. Let's go. Wir haben gewonnen. Woo, Matchpoint. Wuhu. Irgendwie bist du das coolere Crocodile, find ich. Danke schön. Danke schön, Teufelchen. Und du das bessere Gnu. Vielen Dank. Aber das ist nur ein Elch. Ja, kann man immer verwechseln. Au. Ich hab nen Knockout von dem Hasen bekommen. Was? Ich hab den Schädelgegenkopf bekommen. Ich weiß gar nicht, wie du den bewegst überhaupt richtig. Was? Den Dings. Einfach da dagegen treten. Und... Und wie trete ich?! Äh, mit äh, mit äh, äh, äh 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 ähm äh 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 ähh äh 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 Und du kannst den Teig, glaub ich, auch nicht festhalten oder so, keine Ahnung. Nein, nein, das Tor war so kalt, frei, offen. Ich hab's so verkackt, au. Aua! Oh, ja, ja. Ich bin totes Krokodil. Oh nein, wo bist du? Ich komme zu dir. Hier bin ich. I come to you. Wie schön du da weggeslidet bist, ey. Ich weiß. Ja, ja. Nein! Irgendwie komme ich nicht an den blöden Dings ran. Krokodil? Ja. Aua. Ich schon, aber ich bin... Aua. Ich bin... Aua. Ich bin Aua. Du bist Aua? Ja, ich wurde gerade genockoutsched, okay. Ja, vergesse ich's. Aua. Ich hab voll der Redding geschlagen. Ja, 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 ja. Steig, steig. Ja, ja, ja. Teamwork. Fix the Dreamwork. Ja. Wir sind zu gut. G-U-H-T. 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 Ja. Ja. Uuuh. Rimana, slave. Slave. Slay, girl. Slay. Ja. So, nicht anders. Au. Das Gnu liegt am Boden. Es liegt immer noch am Boden. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ich will diesen Hai haben, ne? Äh, äh, äh. Dafür müssen wir doch ne Weile spielen. Ah, äh. Macht nix, ich hab Zeit. Ah, äh. Uuh. Hilfe, ich bin bewusstlos schon wieder. Nein, ich bin nicht bewusstlos, aber du. Ja, hab ich doch gesagt. Ich war eh bewusstlos. Ich hab verstanden. Teufelchen, das schon wieder bewusstlos. Nein, oh. Ich hasse dich einfach. Komm, wir liegen. Aufs Maul. Oh, das bist du. Aua. Danke. Entschuldigung. Wir liegen 2-0 vorne. Ich hab die ganze Zeit halt versucht, das festzuhalten und irgendwie das wieder wegzugehen. Äh, 3-0? 3-1 vorne? Nein, wir liegen 2-1 vorne. Also 3-1, ja, aber wir haben 2 Punkte Vorsprung. So meinte ich das. Entschuldigung. Aua. Ich wollte, ich wurde von dem Einhorn ins Tor geworfen. Achso. Ich bin nicht der Puck-Einhorn. Das ist falsch verstanden. Du musst den Puck da reinschubsen und nicht mich. Ich bin kein Puck. Na, vielleicht. Aua. Ich bin genock-outed. Na. Ja. Und wieder zu- weiter, 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 weiter. Nein. Verdammt. Ich war zu spät. Das Spiel ist aber auch ganz funny gemacht, ey. Aua. Einhorn, verschwinde von dem Puck. Ja. Ja. Nein. Nein. Ich habe herausgefunden, mit welchem Knopf man diese Rolle macht. Mit B machst du die Rolle und wenn du dabei sprintest, machst du sie schneller. Okay. Nice. Von mir kam vor allem das Tor. Also, das Einhorn hat mir ein bisschen geholfen und Dings auch, aber... Ja. Aua. Ich bin genock-outed. Das Kno liegt wieder am Boden. Das liegt wieder am Boden. Nein. Nein. Oh wow. Scheiße. Oh wow. Shit. Egal. Wir haben immer noch Vorsprung. Ja, aber sag das nicht zu früh, Teufelchen. True. Mit unserem Glück. Vor allem ich tue einfach das Tor knutschen. So kenne ich dich. Ja, ich liebe dieses Tor. Das Tor ist auch wundervoll. Ich schlafe das Tür. Das Tür. Schlafe das Tür. Ich liebe das Tür. Oh Gott, ich liebe das Tür. Ob du daraus wieder einen Short machst? Ja. Aus irgendwas? Ja. Alter, dieses Tor. Let's point. Schau es dir in Slow-Mo an. Schau es dir in Slow-Mo an. Was für ein geiles Tor ich gemacht habe. Schau es dir in Slow-Mo an. Da. Geil. An die Ecke und dann rein. Oh Gott, Entschuldigung, das klingt so falsch. Ja, das klingt so falsch. So falsch, wie man es klingen haben möchte. Ey, ich wurde von dir totgeschlagen. Ich glaube, von mir aus versehen. I'm sorry. Warte, ich bin da absehe. Jetzt wurden wir beide, glaube ich, okay, wir wurden nicht beide von dem kaputtgeschlagen, aber ich auf jeden Fall. Das habe ich. Ha ha. Rache ist süß. Nein. Ich wurde ja nicht von dir, sondern von dem Pop genockoutet. Ja gut, ne, ich bin dabei, guys. Au, schon wieder genockoutet von dem Puck. Nein. Ach nein. Ja, siehste, was habe ich gesagt? Zu früh gefreut. Scheiße. Come on. Wir müssen irgendwie uns jetzt wieder retten. Ja, die hat vieles auf irgendeinen, genau. Ja. Au, ich wurde von dir genockoutet. Entschuldigung. Ja, das war so ein geiles Tor. Ich liebe dieses Game, Alter. Dieses Game ist so geil. Ja, same. Vor allen Dingen wie ich. Also und dann BAM. BAM. Geil. Alter, dieses Game ist so hammer funny, ey. Ja, definitiv. Ich habe mir Rundschaft freigeschaltet. Ich weiß es gerade gar nicht. Aua. Ich liege doch nicht am Boden. Ich renne. Aua. Ich liege am Boden. Ich liege doch am Boden. Ja. Ich wurde aber noch mit reingesetzt. So, finish. Ja. Ich liebe die Team. Liebe ihn. Ciao. 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 Ciao, cacao. Ciao, cacao. Ciao. Und ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen, Leute. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Eure Teufelchen und Widelmana. Ciao. Ciao, cacao. Tschüss. Ciao, cacao. Ciao, cacao.